Nach dem DLC ist vor dem DLC und die Leaks und Hinweise, die uns Creative Assembly in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat, geben uns schon sehr starke Hinweise darauf, was der nächste DLC werden wird, der unter Umständen gar nicht mehr so lange von uns entfernt sein wird. Im heutigen Video gehen wir diesen Hinweisen nach und sehen uns auch den Erfolg von Thrones of Decay und die generelle Stimmung im Bereich Total War Warhammer an. Und jetzt sage ich, viel Spaß mit dem Video. Willkommen zum neuesten Hamster-News-Video über Total War und die Warhammer-Franchise, also insbesondere Total War Warhammer-Franchise. Und ihr wisst ja, wer den Kanal schon länger verfolgt weiß, hier kommt in der nächsten Zeit einiges, unter anderem das 40k und das Erste Weltkrieg Total War-Spiel. Und hier auf diesem Kanal gibt es natürlich alle Neuigkeiten dazu. Also, lass gerne das Abo da, falls du da interessiert sein willst. Übrigens freue ich mich gerne über einen Kommentar unter die neuen Shorts, die ich gemacht habe. Es gibt jetzt mittlerweile zwei. Ich brauche euch mal einen Link dazu in die Videobeschreibung. Wäre nett, das ist eben momentan auch der perfekte Zeitpunkt für neue Tutorials. Denn, falls du irgendwas erklärt werden möchtest, bestes Deutsch, dann schreib es mir in die Kommentare und ich werde es versuchen in einen Short zu verarbeiten, der dann in den nächsten Tagen und Wochen rauskommt. Gut, vielen Dank. Aber nun erstmal zu dem Stand der Dinge zu Thrones of Decay, der ja Creative Assembly wieder aus dem Sumpf des Verderbens reißt, so wie es aussieht. Steam Charts, Spielerzahlen sind sehr, sehr gut. 71.806 Spieler mit Thrones of Decay. Damit haben wir den Peak zu dem Chaos-Zwergen-DLC problemlos überschritten. Wir sind jetzt gerade am Sonntag. Vermutlich wird das jetzt der Peak bleiben. Ob es noch mehr Spieler werden, nächste Woche sei mal dahingestellt. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil normalerweise gibt es den Peak und dann flacht das wieder ab. Aber das ist schon mal sehr erfreulich. Und selbst Total War Faro hat interessanterweise gewonnen. Und zwar mit der letzten Aussage, dass es neuen Free-Zie geben wird. Sind die Spielerzahlen auf 1.107 gestiegen. Was echt unglaublich ist. Jetzt ist es fast so hoch, wie als irgendwas anderes rausgekommen ist von einem halben Jahr. Das war wahrscheinlich diese andere Deals-Team mit den Sea Peoples und so. Gut, sei es drum. Es soll ja auch mehr kommen für Total War Faro. Und wenn es dann noch mal ein paar Leute kaufen, warum nicht? Ich meine, wer es schon hat, der hat auch nicht viel verloren. Übrigens, auch die Verkaufszahlen sind weiterhin stark. Beim letzten Video sind wir vor, also ich glaube vor 3-4 Tagen habe ich mal drauf geguckt. War ja Total War mal ganz weit oben mit dabei. Jetzt sind wir immer noch relativ oben mit dabei bei Position 11. Auf Position 1 ist es Counter-Strike 2. Ich glaube mittlerweile kann ich diese Diagramme besser lesen. Also sowohl Käufe von ganzen Spielen als auch DLCs stecken hier drin. Deswegen ist Counter-Strike 2, das man ja eigentlich nicht so richtig kauft, ganz weit oben. Und Dota und so daher. Aber das ist auch gar nicht schlecht. Hier Position 11 direkt nach Raft. Aber immerhin ist es schon seit ein paar Tagen da. Und auch hier unten sehen wir dann bei den Aufsplittungen, glaube ich, der DLCs. L-Spit auf Position 55. Darunter dann Malakai auf 57. Und dann schon ein bisschen abgeschlagen Tamorkan. Aber passt schon. Passt schon. Ich denke, dieser DLC war ein voller Erfolg für Creative Assembly und für die gesamte Community. Und damit zeigt sich, es lohnt sich, sich zu beschweren, wenn man unzufrieden ist mit den Politikentscheidungen, die so eine Spielefirma macht. Ihr seht es ja auch gerade bei Hell da, wie es gerade in die Hölle zurückgereviewbombt wird. Weil hier ein Playstation-Account unter anderem erzwungen wird und manche Spieler das jetzt gar nicht mehr spielen können. Ja, und auch hier hat es was gebracht. Also, ich würde ganz stark behaupten, dass durch den Aufschrei der Total War-Fans und Spieler und den Shitstorm und die Kaufverweigerung, in Anführungszeichen, das Produkt war halt nicht sehr gut mit Shadows of Change, dass dann tatsächlich die ganze Führungsriege dort ausgewechselt worden ist. Und jetzt sehen wir wieder gutes Zeug. Und das ist schön. So, dann kommen wir zu den interessanten News meiner Meinung nach. Jedenfalls, wir haben erstmal ein relativ umfangreiches Ask Me Anything oder ein Q&A-Event von Creative Assembly gehabt. Dort gab es wirklich sehr viele Fragen, davon nicht unbedingt alle extrem interessant. Ich fand die meisten Fragen und Antworten relativ langweilig. Aber drei habe ich hier mal rausgesucht, die meiner Meinung nach interessant gewesen sind. Da gab es Q&A an die Entwickler. Nämlich eine Frage war, hey, wie sieht es aus mit der Roadmap? Das hat Zack hier gefragt. Und Rich Aldrich hat geschrieben, wir geben jetzt erstmal noch nichts, aber wir werden nach dem Thrones of Decay rauskommen, bei uns intern darüber reden und uns überlegen, ob wir eine Roadmap veröffentlichen. Und momentan sind sie allerdings an der Arbeit am nächsten Update. Immerhin, ganz gut. Dann gab es noch den Punkt, die Ironside Repeater Rifles, die es im neuen DLC gab. Die hatten in den Trailern diese Repeater Rifles, also diese Art Gatling Kanonen. Die wurden ja später entfernt. Und die Frage ist, hey, warum sind die eigentlich hier rausgefallen? Und die Antwort von Sean War war, wir haben sie ausgetestet. Aber sie haben dramatisch die Identität der Imperiums Fernkampflinie verändert. Und wir hatten nicht das Gefühl, dass es authentisch ist für den Spielstil mit der Warhammer IP. Und, okay, sollen wir alles recht sein? Immerhin sagen sie damit, dass es nicht Games Workshop war, die sie rausgeworfen hat. Aber okay, jetzt haben wir halt das Landship auf das. Jetzt wäre das Imperium. Das haben wir dahingestellt. Aber okay, sollen wir alles recht sein. Weitere interessante Frage hier. Und jetzt geht es ins Leak. Also was heißt hier in die Hinweise rein? Von Arbal wird es weitere Siedlungen oder Provinzen im nächsten Patch geben. Zum Beispiel Lustiger, Dunk, Darklands oder Katai. Alles noch gerade leer. Und Sean sagt, ja, momentan haben wir noch nichts reingepackt. Aber in zukünftigen Updates, und zwar mit Immortal Empires, im Patch 6.0, werden wieder zusätzliche Regionen reinkommen. Oho, Leute. Oho, ihr wisst ja, die leeren Regionen, insbesondere bei Int und Quresh, sind leer. Da ist nichts drin. Und wir haben ja alle damit gerechnet, dass sie noch gefüllt werden. Und das ist jetzt die erste offizielle Aussage, an die ich mich gerade erinnern kann von Creative Assembly, dass sie diese Regionen wirklich ausfüllen wollen. Und das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und jetzt wird es aber besonders spannend. Wir kommen in den Bereich des nächsten DLCs. Wer den Hype-Train verfolgt und wer die letzte Roadmap von Creative Assembly gesehen hat, weiß, dass eigentlich so ein Slanisch-Dreifraktion-DLC kommen soll. Aber da würde ich vielleicht nicht ganz so viel drauf geben, weil die Kaufzwerge kamen ja auch so ein bisschen zwischenrein, zwischen den ganzen anderen Kram. Und es gibt mittlerweile immer stärker werdende Hinweise darauf, was der nächste DLC sein wird. Und zwar gucken wir erstmal rein an die letzte Neuigkeit, die uns Creative Assembly mal geschrieben hat. Und zwar ging es hier erstmal in Neuigkeit aus dem Patch 4.2 Shadows of Change Conted Edition. Ich erzähle euch das jetzt, weil das im Rahmen des Ganzen, das ist ja eine Neuigkeit, die schon etwas länger her ist, weil das im Rahmen des Ganzen wieder Sinn ergeben wird. 8. Februar 2024 hat, ich glaube es war Rich Aldrich oder so, hier in seinem What to Expect Moving Forward Post geschrieben, Ja, also wir werden noch zusätzliche Charaktere, wie zum Beispiel der Goldene Ritter, spektakuläre Einheiten und Kreaturen hinzufügen. Und ja, ich sehe dich an, großartiger Hotpot. War es der Hotpot? Also abgesehen von, glaube ich, einem koreanischen Gericht oder vielleicht auch chinesisch, wer weiß. Jemand, der sich damit auskennt, weiß es. Ähm, ist es eine Halblingsartillerie? Halblinge. Gibt ja eine OVN Lost Faction Mod Fraktion mit den Halblingen. Jedenfalls für Tolo Warmer 2, für Warmer 3 wurde er bisher noch nicht neu aufgelegt. Also, ja, schon mal. Hinweis. Wir erwarten eine Hotpot Einheit der Halblinge. Okay, so wird gut. Und weiter unten, in diesem selben Blogpost, hat er außerdem noch geschrieben, dass Katai eine Elite-Kerninfanterie-Einheit noch vermissen lässt. Und we aren't monkeying about. Also wir machen hier kein Affenzeug. Das heißt, es ist natürlich ein Hinweis auf den Affenkönig, Monkey King, der noch vor Katai kommen soll, der auch schon in der Law erwähnt worden ist. Der auch schon im großen Law-Podcast mal erwähnt worden ist, dass die Affenmenschen eine der zahlreichsten Kreaturen sind in der Gegend von Katai, direkt nach den Menschen. So, Monkey King, Affenmenschen, Hotpot, Halblinge. Was noch? Nun, vor ein paar Tagen gab es auf Reddit jemanden, der gepostet hat, hey, wir haben neue File-Depots auf der Steam-Datenbank gesehen. Also irgendwas wird schon im Hintergrund hinzugefügt. Was es genau ist, weiß natürlich keiner. Aber es ist schon irgendetwas jetzt nochmal extra auf dem Weg. Könnte natürlich auch mit dem jetzigen DLC noch etwas zu tun haben. Sei es drum, werden auf jeden Fall Dinge hinzugefügt. Und was man in der Vergangenheit, schon vor diesem DLC jetzt gefunden hat, war ein Hinweis auf die Dogs of War. Warhammer 3 DLC 22, DOG Infantry, Borgio Blood Infantry Hero, Lucrezia Belladonna und zusätzlich zu Jim Changeling und dem Cockatrice. Also irgendwie sind schon Einträge vorhanden für Borgio, the Besieger und Lucrezia Belladonna, was Dogs of War, also wie heißt es eigentlich, Dogs of War und Grenzgrafen, das ist ja alle so ein bisschen miteinander verwoben, genau wie Tilean und Estalia. Die hängen so alles ein bisschen miteinander zusammen. Die sind auch schon irgendwo drin und in Vorbereitung. Dazu kommen jetzt neue Animationen, die gefunden worden sind. Und zwar hat es hier Frogken34 auf dem Total War Reddit gepostet, dass sich hier eine neue Humanoide-Einheit namens Golgfag gefunden hat. Und er hat Angriffsanimationen, die bereits existieren. So, wer ist Golgfag? Also außerdem wurde dann noch ein Ogermodell von Golgfag gefunden. Das wurde hier in den Total War Foren gepostet von Comfortask6351. Hier ist ein Modell, das offensichtlich noch nicht fertig ist, aber trotzdem schon existiert. Und hier auf der rechts unteren Seite habe ich euch das Modell von Golgfag Maneater noch dazu gepackt. Jetzt die Frage, okay, in welcher Art und Weise sind sie gleich? Naja, schwer zu sagen, aber ihr seht hier auf dem Kopf dieses eine Teletubbie-Ding oben. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem er gehört. Da bin ich zu spät, zu früh geboren worden. Aber das ist dieses Ding hier oben. Und gut, wir haben jetzt auch schon in diesem anderen Animationspaket gesehen. Okay, das ist Golgfag. Wer ist Golgfag? Golgfag ist ein Söldner im Total War Warhammer Universum, der unter anderem für Ungram Eisenfiss aus dem Forst gedient hat, der auch ins Imperium gegangen ist und dort gedient hat, einmal irgendeine Zahnmeister aufgefuttert hat. Es ist ein Söldner und der auch viel in den Grenzgrafschaften unterwegs gewesen ist. Mhm, in den Grenzgrafschaften, so, so. Golgfag Man-Eater, ein berühmter Oger-Söldner-Captain. Er riecht alles, es geht ja schon lange alles so in Richtung Dogs of War im Rahmen von Total War Warhammer 3, unter anderem mit der Mechanik der Verbündeten, dass man ja Einheiten eines Verbündeten zusammen mit Außenposten rekrutieren kann. Und das ist nur der nächste Schritt dahin, dass wir immer mehr Richtung Söldner und das Rekrutieren von alternativen Einheiten kommen. Ja, das ist auch eine, der, finde ich, besonders stark ist, auch sehr stark zu sehen in dem neuesten DLC, nämlich Thrones of Decay, bei denen ja das Imperium Einheiten aus ihrer imperialen Artillerieschule rekrutieren kann. Und Grim-Eisen, Blödsinn, Amalakai, Makai-Son und natürlich die Zwerge generell können ihre Groll-Tilger rekrutieren. Sind zwar keine Söldner, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, naja, ihr könnt auch eine Einheit von woanders rekrutieren. Und bei Tamokan ist es natürlich besonders extrem. Die werden zwar nicht Söldner genannt, sondern werden im Rahmen seiner Chieftain-Mechanik dann rekrutiert, aber auf einmal habt ihr eine Armee, die eben nicht nur aus euren eigenen Einheiten besteht, sondern von überall her. Ja, Söldner halt. Also nicht ganz Chieftains in dem Fall, aber ja, schon irgendwie so ähnlich. Okay, Groll-Quack, Man-Eater. Und wo ist er denn eigentlich zu sehen gewesen? In Total War Fantasy, äh Warhammer Fantasy Battles. Denn wir wissen, Creative Assembly hat uns schon vor langer Zeit gesagt, sie werden alle Fraktionen, die ein Regelbuch haben, in Total War darstellen. Und es gibt eine große Fraktion, die eben noch nicht dargestellt worden ist. Das sind die Dogs of War. Hier habe ich hier meinen Ausschnitt aus dem Regelbuch. Und mein original englisches Regelbuch, definitiv hier fotografiert und reingepackt. Dort sehen wir dann auch Golgfax Ogres. Also das ist Golgfax und der ist auch direkt hier selbst in diesem Regiment drin. Golgfax Ogre können als Spezialeinheit in einer Dogs of War Armee rekrutiert werden. Oder als eine seltene Einheit in anderen Warhammer Armeen, wie zum Beispiel, ähm, also wahrscheinlich dem Imperium, außer die Bretonen. Die wollen den interessanterweise nicht haben. Golgfax und drei Ogre, including Scaf, der Standardenträger, können hier mitgenommen werden. Übrigens eine andere Einheit, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt bei Malakai Makaisen. Die Long-Jong Slayer Pirates sind sowieso schon da. Und wisst ihr, was mit dem letzten Update zu Thrones of TK dazugekommen ist? Long-Jong Slayer Piraten. Aha. Ha. Ha. Bedächtig. Bedächtig. Und im Rahmen dieser Information ist es eigentlich garantiert, dass der nächste DLC, der kommen wird, Dogs of War ist. Vielleicht auch ein bisschen Kartei wird dabei sein. Der Monkey King ist in den Long-Titbits, die wir bisher erhalten haben, ja auch als eine Kreatur und ein Volk angemeldet oder geschrieben worden, das manchmal hilft, aber auch manchmal nicht. Vielleicht wird da noch eine ganz separate Fraktion draus. Aber die Hinweise auf... Ich meine, okay, um unter Umständen aus dem einen DLC, also erstmal Fazit, Dogs of War wird ein DLC, ganz klar, und er steht wahrscheinlich kurz bevor. Und ich gehe davon aus, dass er noch dieses Jahr rauskommen wird. Dann wissen wir eigentlich schon aus dieser Aussage mit Monkey King About von Rich Aldrich, dass auch noch Kartei ein Update bekommen wird. Unter Umständen jetzt nur die Frage, wird das ein... Wird das wieder so ein Dreier-DLC? Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich könnte mir ehrlich gesagt vielleicht schon eher vorstellen, dass diese Affen-Elite-Einheiten, die wir sehen, werden Teil des Dogs of War DLCs werden. Aber wir werden sehen. Ein Blick in den Hype-Train, beziehungsweise die Zeitlinie, die ich mir hier gemacht habe. Wir befinden uns mittlerweile im Mai. Thrones of Decay als DLC ist gut angekommen. Und selbst für Pharoah gibt es mittlerweile irgendwas, was hier positiv wirkt. Patch 6.0 sollte ja im Frühling 2024 kommen und irgendwie was mit Slanish machen. Aber ich bin mir fast gar nicht mehr so sicher. Es wurde auch letztens gesagt, auch von, glaube ich, Lore-Marts of Zotek, dass Creative Assembly natürlich schnell ihre Pläne ändern kann. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Patch 6.0 eher die Dogs of War reinbringen wird. Und zwar Richtung Oktober, November. Weil eine anständige Söldermechanik wird natürlich auch eine... Also wenn ihr die Dogs of War bringt, müssen Estalia und Co. auch kommen. Die gibt es ja auch schon lange und ist eine Region, die einfach noch nicht so im Detail überarbeitet worden ist. Meiner Meinung nach, da kann man auf jeden Fall noch eine Menge machen. Und das wäre auch ein Fan-Favorite. Dogs of War, definitiv ein Fan-Favorite. Schauen wir mal in die Vergangenheit. Wir haben die Chaos... Also wir hatten ja hier Update 2.0 mit der Immortal Empress Beta. Dann kamen die Chaos-Zwerge im April. Danach kam eigentlich diese Roadmap mit sagen wir mal Shadows of Change. Dann ein halbes Jahr später Thrones of Decay. Und es kann natürlich immer noch sein, dass jetzt stattdessen Slanish kommt erst mal. Und vielleicht dann noch Hochelfen, Dunkelelfen, Waldelfen, was weiß ich, ein Update. Aber ich habe das Gefühl, Creative Assembly möchte ja eigentlich eher so ein bisschen mehr den Hypen mitnehmen. Außerdem habe ich wirklich noch gar nichts dazu gesehen. Ich habe nirgendwo irgendwelche Hinweise auf Slanish-Updates gesehen oder Hochelfen und Dunkelelfen. Mein Legend of Total War hat bei sich im Stream gesagt, dass Slanish zum größten Teil gestrichen ist. Und dass eher auch Dogs of War der nächste DLC werden wird. Und die Sachen stimmen normalerweise. Creative Assembly hat sich, also nach dem, was man so hört, hat Legend of Total War kontaktiert zu Creative Assembly. Aber ich meine, die leaken ihm bestimmt nicht einfach irgendwas, sondern sehr spezifisch, sagen sie ihm, was er wiederum sagen darf. Die sind, glaube ich, auch jetzt nicht mega dumm. Also klar, bei den ganzen Kündigungen, die passiert sind, war es wahrscheinlich anders. Aber in diesen Fällen, denke ich, wird nur das weitergegeben, was gesagt werden darf, um vielleicht ein bisschen den Hype-Chain anzufachen. Ich sage zwar immer, Creative Assembly kann keine Geheimnisse für sich behalten. So war es eigentlich bisher auch so gut wie immer. Alles, was geleakt ist, war nachher auch wahr. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei irgendwas das nicht nachher gestimmt hat. Und das ist schon verdächtig. Wir haben gar nichts gehört. Nichts von Slanish. Kein Mux. In keinster Art und Weise. Auch nichts für Hochelfen. Auch nichts für Dunkelelfen. Auch nichts für Waldelfen. Dafür sackvolle Informationen. Für Dogs of War. Einheiten, die schon im Hintergrund gefunden worden sind im Spiel. Ich meine, ich glaube nicht, dass Creative Assembly aus Versehen da drin lässt. Man kann natürlich sein. Aber warum eigentlich? Also das deutet alles schon sehr, sehr stark darauf hin, dass Dogs of War der nächste DLC sein wird. Und ich vermute, er wird irgendwann gegen Ende dieses Jahres kommen. Bin mal gespannt, ob wir nochmal ein halbes Jahr warten werden. Oder was wir natürlich auch noch nicht wissen, wird es wieder ein Drei-Fraktion-DLC und wir kriegen Dogs of War irgendwie so als Kombo. Dass wir zum Teil Söldner in Kartei kriegen sollen. Aber ich glaube es fast nicht. Dafür ist das Regelbuch zu groß. Wenn man sich es anguckt, da gibt es so viele verschiedene Einheiten. Oder außerdem so viele Mechaniken, die man prinzipiell mit Estalia und so reinmachen müsste. Ich meine, es ist auch dann die perfekte Fraktion, um dann in die neue Welt von Int und Quresh zu gehen. Das heißt, da wird sich vielleicht doch ein Parallel-Update lohnen. Aber das müsste dann fast schon ein gigantisches Update werden oder die Fraktion werden als Teil des Imperiums. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird alles zu kompliziert. Es sei denn, wir machen total neue Söldner-Fraktion. Davon ist eine dann, Estalia. Mal sehen. Schwierig zu sagen. Also ich glaube, es wird separat. Es gibt ein Dogs of War-Update. Dort werden vielleicht dann auch Affenmenschen, Teil der Söldner. Die werden dann alle Armeen rekrutieren können. Und für alle Multiplayer-Fans ist das vielleicht so, ja gut, kann man halt rausschmeißen aus den Multiplayer-Match-Ups. Sagen wir, dass man sich keine Söldner rekrutieren kann. Aber in der Lore, wenn man sich die Dogs of War-Regelbücher ansieht, steht hier eigentlich drin, dass man immer diese Söldner rekrutieren können wird. Wird interessant. Wird interessant. Vor allem, wenn Regionen noch aufgedeckt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine Amazon, eine Naga und eine Int- oder so Armee oder ein Hawk-Goblin-Carnate ist immer noch da. Und Creative Assembly hat uns ja versprochen, dass das Spiel mit einem großen Knall aufhören wird. Angemessen für Total Warhammer 3. Hier nochmal eine Liste an Beispielen, die ich noch vermutet habe. Lange, lange in der Vergangenheit. Klar, Chaos-Zwerge waren oben drauf. Ich kenne Affenkönig auch noch sehr stark mit dabei. Und Dogs of War auch ganz oben. Alles weitere dann deutlich weniger wahrscheinlich. Aber eine Fraktion, die wir, also Halblinge, werden dann wahrscheinlich auch als Dogs of War kommen. Amazon, wer weiß, vielleicht auch als Dogs of War-Einheit irgendwo. Arabi könnte vielleicht auch als eine Einheit irgendwo als Dogs of War repräsentiert werden. Aber wahrscheinlich nicht als separate Fraktion. Aber ein DLC, von dem wir eigentlich momentan alle erwarten, dass er kommen wird für Total Warhammer 3 zum Abschluss der Spielereihe, direkt bevor Warhammer 40k kommt. Und dieses absolut Wahrscheinlichste davon ist sicherlich Nagash, um die Endzeit wahrhaftig einzuleiten. Und vielleicht wird uns Games Workshop hier sogar eine neue Endtimes-Law schreiben. Das wäre natürlich schon ein richtig guter Knall. Würde ich, finde ich richtig gut. Und Nagash lässt nachher alles zerstören. Wer, glaube ich. Wer weiß, wer weiß, was zusammenkommt. Gut, und damit bedanke ich fürs Zusehen. Einmal Rundumschlag um die ganze Lore und, was heißt der, um die ganzen Leaks, die es in letzter Zeit gegeben hat. Meine Spekulation, wie gesagt, Dogs of War kommen irgendwann Ende des Jahres. Und mal sehen, wann wir als nächstes was von Slanisch und den Hochelfen und den Dunkelelfen hören werden. Und dadurch, dass sie einfach nicht so, ja, die sind nicht so angesagt wie Dogs of War. Und Creative Assembly muss jetzt gerade erstmal wieder Geld verdienen. Und das ist ja in dem Maße ausgearbeitet, dass ausgeart, dass selbst Warhammer 40k für vor das Erste Weltkriegstotal War Spiel rausgebracht wird. Und deswegen kommt wahrscheinlich auch jetzt zum Ersten. Dogs of War. Leaks sind zu stark, dass es anders wird. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls es dir gefallen hat, überleg dir gerne beim MMUGA-Shop in der Videobeschreibung vom Hamster was zu kaufen. Man at Us zum Beispiel. Heldabas 2 ist gerade im Review-Bombing, deswegen vielleicht nicht ganz so geil. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ob Sony da anfängt, bessere Entscheidungen zu treffen. Auf meinem DLC-Link gibt es natürlich jetzt auch Thrones of Decay und die ganze Total War. Trilogie und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.